Schoenen, auf Deutsch früher gelegentlich auch Schonland, ist eine historische Provinz im Süden Schwedens. Schoenen gehörte bis ins 17. Jahrhundert zu Dänemark. Es deckt sich nahezu mit der heutigen Provinz Gainlen und dem Gebiet des zugehörigen Provinzialandtags. Die Landschaft grenzt im Norden an Halland und Smellend im Osten an Blekinge, weiter südlich im Osten und im Süden an die Ostsee und im Westen an den Öresund. Wichtige Städte sind Malmö, Helsingborg, Christianstadt, Landskrona, Lund, Trelleborg und Ustad. Schoenen gehört zusammen mit den dänischen Inseln Seeland, Bornholm, Lolland, Pfalzda und Mon zur transnationalen Öresund Region. Geografie und Geologie Die südlichste historische Provinz Schwedens ist eine überwiegend flachwellige Halbinsel, die schwere, nährstoffreiche Tonböden aufweist. Dies hat die Kulturlandschaft zu einem der ergiebigsten Agrargebiete Nordeuropas gemacht. Schon in Weihahrhunderte lang die Kornkammer Dänemarks und wird auch heute noch oft die Kornkammer Schwedens genannt. Selbst heute noch decken die Felder des vielfarbigen Flickenteppichs gut 30 Prozent des schwedischen Agrarbedarfs. Im nordöstlichen Teil der Region wird das Landschaftsbild hingegen schon von den überall in Schweden typischen bewaldeten Anhöhen aus Gneis und Granit geformt. Mitten durch Schonen verläuft die sogenannte Bruchzone, welche das geologische Ur-Europa des Nordens vom eigentlichen, jüngeren Mitteleuropa trennt. Die Hügel in Nord- und Mittelschonen sind durch diese geologische Bruchzone bedingt und trennen Schonen von den nördlicheren Landschaften. Der bekannteste dieser Hügel ist der Hallenshausen. Geschichte Frühzeitälteste Grab- und Wohnstättenfunde in der Nähe von Trelleborg wurden auf ca. 5000 v. Chr. datiert. Die zahlreichen jungsteinzeitlichen Hühnengräber und die brossezeitlichen Grabhügel lassen darauf schließen, dass Schonen schon früh eine hohe Bevölkerungsdichte aufwies. Die Steinbauten stammen aus der Zeit zwischen 3500 und 2800 v. Chr. Die Hügel stammen von 1800 bis 500 v. Chr. Das Gräberfeld von Fetarit vertritt die nachfolgende Periode. Ein regionales Handelszentrum der Eisenzeit war z.B. die Siedlung Opakra südlich von Lund. Dieser Platz, der mit gleichartigen Zentren wie Gutem auf Fühnen zu synchronisieren ist, wurde 1990 entdeckt und ist seitdem Objekt intensiver archäologischer Ausgrabungen. Unter anderem fand man die Reste eines heidnischen Tempels. Das erste schriftliche Dokument mit der Bezeichnung Schonen ist ein Friedensvertrag von 811, den Karl der Große mit den Dänen schloss. Im dänischen Gefolge war ein Osfried von Schonen, der wahrscheinlich ein regionaler Herrscher war. Eine weitere Erwähnung erfolgte etwa 870, als der Händler Wolfstern eine Reise entlang der südschwedischen Ostseeküste unternahm. Inwieweit die Nennung schonischer Könige in nordischen Heldengedichten auf historischen Tatsachen beruht, konnte bislang nicht geklärt werden. Mittelalter Das Verhältnis zwischen Schonen und Dänemark zum Beginn der Staatswerdung Dänemarks wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert, die eine Auffassung meint, dass die ursprüngliche Zugehörigkeit Schonens, wie auch der jetzigen schwedischen Landschaften Blekinge und Haaland, zu Dänemark auf eine Anlage zum älteren Westgöterlack zurückzuführen ist. Danach soll die Grenze zwischen Dänemark und Schweden 1050 festgestellt worden sein. Inzwischen ist nachgewiesen, dass diese Anlage aus wesentlich späterer Zeit stammt. Von einem dänischen Land oder dänischen Reich das Schonen umfasst haben soll, kann nach dieser Auffassung daher nicht gesprochen werden. Die andere Auffassung nimmt an, dass das Kernland Dänemarks ursprünglich Schonen mit den ostdänischen Inseln war. Sie stützt sich auf die Niederschrift Alfreds des Großen über die Fahrten Otters und Wolfstahns, in der als Dänemark, Südschweden einschließlich Schonen, Pfalster, Lolland, Lange Land, wahrscheinlich auch Seeland und die übrigen ostdänischen Inseln bezeichnet worden seien. Erst der nordjütische Schivumstein aus der Zeit des Jellingsteins habe auch Nordjütland zu Dänemark gerechnet. Möglicherweise eine Folge der Einigung unter Harald Blauzahn. Unter diesem Gesichtspunkt würde auf dem Jellingstein berichtet, dass Harald aus Dänemark erobert habe. Der Differenz dürfte eine unterschiedliche Auffassung darüber zugrunde liegen, was unter Dänemark verstanden wird. Die erste Auffassung geht vom heutigen Begriff Dänemark aus und fragt, ob Schonen zu diesem Herrschaftsgebiet, wie auch immer es damals geheißen haben mag, gehört hat. Die zweite fragt danach, was die Zeitgenossen Alfreds des Großen und Harald Blauzahns unter Dänemark verstanden. Abgesehen davon wurde mit Schonen ein Gebiet mit stark wechselnder Ausdehnung bezeichnet. Adam von Bremen schrieb im 11. Jahrhundert der Skane an Wester-Götland-Grenze, was bedeuten würde, dass damals Harland zu Skane gehörte. König Christian III. sprach von Fadland-Skanne, womit er Schonen, Harland und Blekinge meinte. Zusammen mit der Insel Bornholm ist für diese Gebiete bei Historikern manchmal der Begriff Skane-Land gebräuchlich. Wenn auch Harald Blauzahn, der im 10. Jahrhundert das Christentum einführte und dadurch ein dauerhaftes gesamtdänisches Königreich schuf, in Schonen einen starken Einfluss hatte, so ist doch zweifelhaft, ob es bereits ein Teil seines Reiches war. Immerhin war der Öres und mit den damaligen Verkehrsmitteln deutlich leichter zu durchqueren als die dichten smolländischen Wälder. Man geht davon aus, dass es damals zwei verschiedene Landschaftstypen gab, was sich auch in einer unterschiedlichen Lebensweise der Bewohner bemerkbar machte. Das Flachland ohne Wald, wo Ackerbau betrieben wurde und dichte Siedlungen vorherrschten, und das Waldland, wo Viehzucht und Holzwirtschaft das Leben bestimmte. Dort herrschten einsame Einzelgehöfte vor. Es handelte sich um Laubwald, Fichten gab es damals dort nicht. Diese unterschiedlichen Bedingungen führten zu stark unterschiedlichen Lebensstilen, die noch heute archäologisch in unterschiedlichen Begräbnisseiten fassbar sind. Die Ackerbaubevölkerung begrub ihre Toten in Särgen. Im weitreichen Osten herrschten Brandgräber vor. Zu Zeiten Sven Gabelbatz und Knuts des Großen bestand die Handwerker- und Bildungselite in Schonen im Wesentlichen aus Engländern, die die anglo-skandinavischen Könige aus England mitgebracht hatten. So finden sich Kunstwerke in englisch-skandinavischem Mischstil und in ausgesprochenem Winchester-Stil. Die königlichen Münzmeister kamen aus England nach Lund, wo die dänischen Münzen geprägt wurden. Man fand eine Schreibfeder-Schatole mit der Aufschrift L-E-O-W-N-I-M-I-F-E-C-I-T. Der Name Leovine findet sich auch auf Münzen aus Lund. Er kam aus Lincoln in England, wo er für König Ethelrit Münzen geschlagen hatte. Als kulturelles Zentrum des Dänischen Reiches beherbergte Schonen von 1060 bis 1066 zwei rivalisierende Bischöfe, den Engländer Henrik in Lund und den deutschen E. Gino in Dalby. Als Henrik starb und Dänemark gleichzeitig die Verbindung mit dem Danielag in England verlor, zog Egino nach Lund, um dort das Amt zu übernehmen. Und so kam das Bistum Lund unter den Erzbischof von Hamburg-Bremen. Gleichwohl blieb Lund eine kleine christliche Insel in heidnischem Umland, wie die noch Jahrzehnte später angelegten Gräber belegen. 1103 wurde Lund zum Erzbischofssitz für ganz Skandinavien erhoben. Absalon von Lund, zuvor Bischof von Rosgilde, war im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts Erzbischof von Lund. Sein Drängen auf die Abführung des Zehnten und auf die strenge Durchführung des Priesterzölibats führte 1181 zum Bauern- und Priesteraufstand in Schonen und zur Schlacht an der Dörschöbro. Sein Nachfolger in Lund wurde Andreas Sunon Lunes. König Magnus Eriksson kaufte Schonen 1332 von einem holsteinischen Grafen, der es zum Pfand hatte, für 34.000 Mark Silber. Kurz darauf wurde er von den Einwohnern Schonens zum König ausgerufen. So wurde Schonen vorübergehend zu einem souveränen Königreich, unabhängig von Schweden und Dänemark. Allerdings wurde dieses Königtum vom Papst nicht anerkannt und schon 1361 fiel Schonen an Dänemark zurück. Wegen des Reichtums an Heringen vor seiner Küste war Schonen vom Mittelalter bis zur Neuzeit ein Zielgebiet hanseatischer Kaufleute. Neuzeit Die dänische Reformation fing in Malmö an. Hier wurde sowohl die erste lutherische Predigt gehalten als auch die erste dänische Bibel herausgegeben. Was die Bildung einer dänischen Hochsprache vorantrieb. Während des Dreißigjährigen Krieges marschierten 1643 in einem Überraschungsangriff und ohne Kriegserklärung schwedische Truppen in Jütland und in Schonen ein. Dieser Krieg wurde nach den beiden schwedischen Befehlshabern Torstensson und Horn benannt. In Schonen eroberten sie eine Reihe damals noch dänischer Städte wie Lund, Landskrona und Helsingborg. Während sich die Festungen in Malmö und Christianstad hielten. Im August 1643 wurden die Schweden wieder aus Schonen vertrieben. Im Frieden von Brömsebro musste Dänemark, Norwegen dennoch erste größere Gebietsverluste hinnehmen. Während des Zweiten Nordischen Krieges erklärte Dänemark im Juni 1657 Schweden den Krieg. Diese Auseinandersetzung endete im Frieden von Roskilde von 1658 damit, dass Dänemark seinen Besitz ins Garneland räumen musste. Schonensamt Bornholm, Lelkinge und Haaland wurden an Schweden abgetreten. Bornholm gelangte zwei Jahre später im Frieden von Kopenhagen von 1660 an Dänemark zurück, aber die Insel Venn wurde nun schwedisch. Dabei wurden auch die noch heute geltenden Grenzen zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden nach Jahrhunderten kriegerischer Auseinandersetzungen festgelegt. Im Schonischen Krieg 1676 bis 1679, einem Teilkrieg des Nordischen Krieges, versuchte Dänemark letztlich erfolglos, die verlorengegangen Provinzen zurückzuerobern. Der Schonische Krieg endete 1679 mit dem Frieden von Lund. In den Jahrzehnten nach dem Frieden von Roskilde 1658 entwickelte sich in Schonen, Haaland und Blekinge ein Gerierkrieg gegen die neue schwedische Staatsmacht. Der Gerierkrieg gegen die Schweden war im Norden und Nordosten der Provinz bitter und blutig und hörte erst um 1715. allmählich auf. Die Freischützen wurden von den Schweden abwertend als Snäferner bezeichnet. Der letzte Freischütz, Nils Tausen, wurde 1700 hingerichtet. Pläne, die angestammte schonische Bevölkerung ins Baltikum umzusiedeln, wurden nicht umgesetzt. Nach dem Übergang zu Schweden wurde Schonen von einem Generalgouverneur verwaltet. Im Jahre 1683 wurde das aus dänischer Zeit stammende schonische Recht durch das schwedische Recht abgelöst. Im Jahre 1719 wurde das Generalgouverneur aufgehoben und Schonen in die normale schwedische Verwaltungsordnung eingegliedert. Es wurden zwei Verwaltungsprovinzen, Malmöhuslen und Christianstadzlen, eingerichtet. Um Schonen enger mit dem schwedischen Altreich zu verbinden, wurde schon 1666 in Lund die Regier Academia Carolina als fünfte Universität des damaligen Schwedischen Reiches gegründet, sodass die Studenten nicht mehr nach Kopenhagen zu fahren brauchten. Die schwedische Rechtsordnung und die schwedische Kirchenordnung wurden 1683 eingeführt. Der letzte dänische Versuch, die verlorene Provinz zurückzuerobern, scheiterte 1710 in der Schlacht bei Helsingborg. Dies war die letzte Schlacht in Schonen zwischen Dänemark und Schweden. Schonen im 19. Jahrhundert erlebte Schonen einen ökonomischen Aufschwung. Die Kontakte zu Dänemark verbesserten sich, da die letzten bestehenden Einschränkungen abgeschafft wurden. Die industrielle Revolution machte sich vor allem in Malmö bemerkbar. Insbesondere in den Orten, die einen Eisenbahnanschluss erhielten, stieg der Lebensstandard deutlich. Verkehr in Schonen begann in den 1950er Jahren der Bau von Autobahnen. Der Abschnitt zwischen Malmö und Lund war sogar die erste Autobahn Schwedens der Anfang der heutigen E22. Kurz darauf entstanden weitere Strecken, die nach deutschem Vorbild vernetzt wurden. Damit unterschied sich Schonen anfänglich von anderen schwedischen Regionen, wo in den 1960er Jahren nur kurze Autobahnteilstücke entstanden. Das schonische Autobahnnetz begann meist an den internationalen Fährhäfen und auch die Öresundbrücke wurde eingebunden. Auch das Eisenbahnnetz Schonens ist gut ausgebaut. So beginnt in Malmö eine Linie des Hochgeschwindigkeitszuges X2000 nach Stockholm. Für den regionalen Bahnverkehr haben Pagatag und Öresundstack die wichtigste Bedeutung. Mit Einrichtung der Öresund-Verbindung änderte sich der Takt der schonischen Eisenbahnen, so dass sie mit den Zügen Seelands in Dänemark harmonisieren. Name, der Name, Scand bzw. Schunen, hat ebenso wie Englisch Scania vermutlich dieselbe Etymologie wie Skandinavien. Die südlichste Spitze des heutigen Schweden wurde von den Römern Scania genannt. Der Name stammt möglicherweise von dem germanischen Wortstammsternchen Skatinafjo ab, welcher im Altnordischen als Scani auftritt. Nach Ansicht einiger Forscher kann die Bedeutung mit der germanischen Wurzelsternchen Skatan in Verbindung gebracht werden. Dieselbe Wurzelskan besitzt auch der Name der Stadt Skaneur in Schonen, kombiniert mit der Endung R, welche Sandbänke bedeutet. Etelwerth, ein angelsächsischer Historiker, berichtet von Scani. Und in der Fiktion in Erzählung B. Wolf werden die Namen Skedänige und Siedeland für das dänische Land genannt. Sprache, siehe auch, schonische Sprache, Amtssprache und Umgangssprache in Schonen ist Schwedisch. Die meisten Schonen sprechen jedoch mehr oder weniger stark Dialekt. Das in Schonen gesprochene Schwedisch weist noch immer einige Merkmale des Dänischen auf. Kultur in Lund, dem ursprünglichen kulturellen Zentrum Schonens, bis ca. 1400 auch Dänemarks und der im Mittelalter führenden Stadt Skandinaviens, befindet sich mit dem Dom zu Lund das einzige reine romanische Sakralbauwerk Skandinaviens. Im Jahr 1666 wurde die Universität Lund gegründet. Selma Lagerlöw lässt die Reise Nils Holgerszans auf dem Rücken des Gänserichs über dem großen gewürfelten Tuch von Schonen beginnen. Durch die Kriminalromane des aus Herr Jedalen stammenden Autors Henning Mankell, die meist im Umfeld von Österreich spielen, wurde Schonen literarisch bekannter, obwohl Mankell insbesondere die Winter meist als grau, nass und deprimierend beschrieb. An der Küste bei Kaseberka östlich von Östad liegen die Eelstehner, die größte Steinsetzung Skandinaviens. Bei Simrischem liegt die mittelalterliche Burg Glimmingehus. Berühmte Schonen Tycho Brahe, kaiserlicher Hofastronom Dietrich Buxtehude, Organist und Komponist des Barock Alexander Roslin, Maler Gustav Wilhelm Palm, Maler Amelie von Schwerin, Landschaftsmalerin und Tiermalerin August Palm, sozialdemokratischer Pionier und Agitator R. Albin Hansson, ehemaliger Ministerpräsident von Schweden Ruben Rausing, Erfinder des Tetra Pax Jalmar Gullberg, Dichter Bun Hiltzellen, Kinderbuchautorin Birgit Nilsson, Opernsängerin Jal Kulle, Schauspieler Ernst Hugo Jeringat, Schauspieler Max von Sydow, Schauspieler Bo Widerberg, Filmregisseur Drehbuchautor und Filmeditor Jan Tröll, Filmregisseur Kameramann, Drehbuchautor und Filmeditor Anita Ickberg, Model und Schauspielerin S.I.W. Malmquist, Schlagersängerin Ala Begren, Künstler Mikkel Wier, Musiker Marie Friedrichsson, Sängerin Lukas Muddissen, Schriftsteller und Regisseur Henrik Larsen, Fußballspieler Timbuktu, Musiker Zlatan Ibrahimović, Fußballspieler Lücke Lee, Sängerin Erik Sade, Popsänger Landschaftssymbole Lume, Magerwiesen, Margerite Tier, Rothirsch Vogel, Rotmilan Fisch, Aal Statistik Bevölkerung 1.184.500 ist gleich 13% der Bevölkerung Schwedens, davon Ausländer 64.437, Fläche 11.368 Quadratkilometer landwirtschaftlich genutzt 5.607 Quadratkilometer, bewaldet 3825 Quadratkilometer, Bevölkerungsdichte 104 Bewohner, Arbeitslosenquote 2,3 Prozent, mittlere Temperatur Januar 0 bis minus 2 Grad Celsius, Juli 17 Grad Celsius, jährliche Niederschläge 500 bis 800 Millimeter, höchsten Erhebung Söderasen 211 Meter Ö, D, M, Größter See, Ivers Jön, Film, Bilderbuch, Südschweden, Halbinsel schonen. Dokumentation, Deutschland, 45 MIN Produktion, NDR, Buch und Regie, Cornelius, GOB, Erstausstrahlung, 16. November 2008, Inhaltsangabe der ARD Produktion, NDR, Buch und Regie, Quellen Sie den